Hallo liebe Kinder, wir grüßen euch heute wieder aus dem Kindergarten in Künselbeck. Wir haben euch heute ein kleines Theaterstück mitgebracht, aber bevor wir damit anfangen, wollen wir noch ein Begrüßungslied mit euch singen. Und zwar Hallo, 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 wenn wir uns treffen, werden wir froh. Wir zählen einmal bis drei. Eins, zwei, drei. Hallo, 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 wenn wir uns treffen, werden wir froh. Hallo, 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 wenn wir uns treffen, werden wir froh. Du bist ganz anders als ich und darum freue ich mich. Du bist ganz anders als ich und darum freue ich mich. Hallo, 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 wenn wir uns treffen, werden wir froh. Hallo, 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 wenn wir uns treffen, werden wir froh. Schön ist es, dass es dich gibt, dass Gott uns beide liebt. Hallo, 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 wenn wir uns treffen, werden wir froh. Hallo, 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 wenn wir uns treffen, werden wir froh. Hallo, Ihr könnt ja jetzt mal ganz aufmerksam zugucken und vielleicht erwähnt ihr ja, was für ein Stück wir euch jetzt vorspielen. Hallo, 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 hallo. Endlich Frühling, sagt die Sonne und steigt zum Himmel voller Wonne. Meine warmen Arme werde ich strecken und dann alle Freunde wecken. Den ersten Strahl mit warmem Kuss zu meinem lila Freund, dem Krokus. Vielen Dank Frau Sonne, wie geht's denn so? fragt der kleine Krokus und streckt sich froh. Den zweiten Strahl, sonnenwarm und wunderbar, schenke ich der roten Tulpenschar. Vielen Dank Frau Sonne, wie geht's denn so? fragt die Tulpe und streckt sich froh. Beim dritten Strahl lasse ich frohlocken und läuten alle Osterglocken. Vielen Dank Frau Sonne, wie geht's denn so? fragt die Osterglocke und streckt sich froh. Beim vierten Strahl, da will ich sehen, die Butterblume, gelb und schön. Vielen Dank Frau Sonne, wie geht's denn so? fragt die Butterblume und streckt sich froh. Nur eine, die fünfte hat die Sonne vergessen. Welche, würdet ihr jetzt gerne wissen? Tage später streckt sie ihre Blüten ans Licht und ruft leise. Frau Sonne, Frau Sonne, hier bin ich, das vergiss mal nicht. So ihr Lieben, das war's erstmal wieder für heute. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Macht's gut! Tschüss! Tschüss! Tschüss!